Hallo miteinander, wer sind ihr und woher kommen ihr? Ich bin Ava Bai. Ich komme aus China. Ich arbeite im Büro und Sängerin. Und Sie wohnen in der Schweiz? Ja, ich bin seit vier Jahren in der Schweiz. Und das ist Ihre Begleitung am Klavier? Genau. Wir freuen uns und sind sehr gespannt. Thank you. Weißt du, was es ist? Nehm ich an und tue mich fest an dir. Und an mir nur mehr los. Ich danke mich gern an dir. Schweizerdeutsch. Ich seh' einfach so gut, du. Ich hör' dich gern. Ich buche dich. Ja, ich besuch' dich. Nach dir. Doch gar nicht erhang' ich dir. Kein' ich gern, dass es für immer so wird. Ich esse ein ewig libe ist. Ich wohne immer so schwimmen sie. Ich wohne immer so. Auf Konk ich wohne immer so schwimmen sie. Ich weiß, lebe Hund und Gott, wenn er ritt, schmiert sie weg. Ja, mir das Lied holt sie einfach auf oder sie raut einfach ab. Nehme Zeit, sie geht, sie ist einzig, es geht um, es geht kein Verloren oder Gründer, Liederwürfen spiel. Ich habe mir immer wieder, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich nur für uns bei, ich liebe dich, ich liebe dich. Da heim Da heim Wo irgendwie Das hiechgen sie versions hit me like an explosion All of my life I've been frozen Großartig, ich bin begeistert. Sie haben eine super Stimme. Ihre Klavierunterstützung war brillant. Woher kennen Sie sich? Wir sind in der Klavierschule und ich suche Klavierlehrer. Das ist Ihr Klavierlehrer? Wir treffen uns und ich schreibe Lieder. David Rush denkt, ich kenne sehr gute Lieder. Wir machen eine Band zusammen in der Schweiz. Nein! Super Geschichte! Ja, Wahnsinn! Also, ich bin beeindruckt von der ganzen Story und natürlich von Ihrem musikalischen Können. Der Experte musikalisch bist aber du, Blick. Was findest du? Also, ich muss sagen, das Improvis am Werk, das merkt man vom Gesang her. Das merkt man, wenn sie mit dem Mikrofon weggeht, wenn sie die Leute eine Sache macht, wenn sie wieder zurückkommt. Ich finde die Stimme sehr schön und ich finde, von mir habt ihr auf jeden Fall Credits nur schon für den Mut, dass ihr ein schweizerdeutsches, ja mittlerweile schon fast Volkslied übersetzt. Obwohl Akzentungen sind, ich persönlich finde das sehr charmant und ich hoffe, ich bin nicht der Einzige da. Danke schön. Danke. Natürlich. Danke. Also, ich muss Sie gratulieren, dass Sie so schnell, also ja, schweizerisch gelernt haben. Ich kann Ihnen sagen, im Fußball kommen manche ausländische Spieler, die sprechen kein Wort schweizerisch und fünf Jahre nachher immer noch kein Wort schweizerisch. Aber dann muss ich sagen, Gratulation, dass Sie so schnell die Sprache gelernt haben. Sie spricht besser schweizerdeutsch als Sie und Sie wohnen seit 40 Jahren in der Schweiz. Stimmt nicht! Ja! Susan. Mir hat es sehr gut gefallen, mir hat es sehr berührt. Ich habe mit den Kopfhörern gelassen und ich muss sagen, die Stimme ist wunderschön. Habt ihr verstanden, was ihr singt? Ja. Ja, das haben wir gespürt. Ja, man hat das gespürt, dass sie es verstehen. Auf jeden Fall. Nimm mich an und drück mich fisch tief. Ja. Für sie. Ist es für mich? Es geht jetzt! Es war brillant. Und Sie auch. Grosser Klasse. Jetzt noch einen Blick. Komm sicher. Wir haben ein Ja von Susanne. Es war so emotional. Und du hast so viel übergebracht. Jawohl. Und von Monsieur Christ. Wir haben Yes, 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 Yes. Vier Mal. Danke, Vier Mal. Wir sind weiter. Danke, Tschüss. Es war eine super Überraschung. Vier Mal Ja. Eine Runde weiter. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht in den Semifinals. Vielleicht. Young Hande Hai. Evi Gelieti. Evi Gelieti. Evi Gelieti.